So Freunde, da bin ich wieder, zum tausendsten Mal, eh wirklich, das ist so eine Scheißstelle hier, verdammt, ich musste das Spiel jetzt 10 Mal nachspielen oder so, deswegen setze ich jetzt hier einfach mal, ausnahmsweise mal einen Safe State, das muss einfach sein, Freunde, ich weiß nicht, wie man diese Stelle hier machen soll, ich bin ja schon ungefähr wirklich 15 Mal oder so wieder hier angekommen, und ich hab jetzt langsam echt keine Lust mehr, ich will jetzt endlich mal über diese Stelle hier hinaus kommen, so, ist da was, so, ich hab jetzt hier echt mal ein Safe State gesetzt an der Stelle, jetzt hab ich den Moment hier verpasst, oder was, jetzt hab ich den Moment hier fast verpasst, egal, nicht schlimm, so, ähm, da kommt gleich ein anderer Typ, der entdeckt den gleich, aber noch ist er weit genug weg, okay, hol ich schnell die Schriftrollen und weg hier, so, ähm, Ich probier mal einen Trick, und zwar hier mit dem Giftreis, der soll den gleich essen, weil als ich das letzte Mal hier hingegangen bin und den versucht hab zu killen, anstatt den Griffreis zu essen, hat der sich umgedreht, richtig scheiße, ja, ich weiß, aber das ist hier so, das ist hier so, mega, mega nervig, so, so, da ist der Typ jetzt, der entdeckt jetzt gleich die Leiche, Oder er hat sie schon entdeckt und ich hab jetzt wieder Slowdowns, so, lass dem mal die Leiche entdecken, dann lass ich den den Giftreis jetzt gleich mal essen, so, der dreht sich nämlich um, so, jetzt, so, und weg mit dem, so, der Giftreis ist zwar weg, aber wir haben den Gegner, der hat, der hat sechs Schriftrollen oder so, ja, sechs Schriftrollen, Wegen dem anderen, okay, da hinten ist der nächste, aber den da hinten, den kriegen wir jetzt, der ist, der ist nicht so schwer wie die anderen hier, die hier rumlaufen, so, ähm, ja, boah, wie gesagt, also, das war eine Stelle, du, mein lieber Mann, das war schon echt nicht ohne, Und ich bin froh, dass ich die beiden jetzt hier hab, damit wir endlich hier weiterkommen, so, der dreht sich nämlich nicht gut um, sobald er sich in die andere, ja, und springt und weg damit, so, sehr gut, den haben wir, Falling Rock, geil, okay, gut, wir haben die Stelle, Freunde, wir haben's endlich, boah, Und hier in dem Spiel gibt's ja auch keine Save Points oder so, ne, hier muss man immer alles nach, puh, da ist noch einer, oh, okay, hier, muss ich da hin? Oh Mann, ich muss da hin, okay, aber, hier oben ist noch irgendwo, eine, ein Kopf, so ein Kopf hier, dahin ist ein Item auf jeden Fall, sehr gut, Ein Heiltrank, ja, okay, ähm, wo ist der Kopf hier, äh, hier rechts irgendwo, okay, wo denn, wo denn, ah, hier, oder was, ah, da ist er, okay, alles klar, neue Cutscene, neuer Schluck Kaffee, Alles klar, meine Güte, meine Güte, Freunde, das ist ein richtig schweres Level, muss ich gleich echt schauen, puh, und ich muss über diese Brücke da, ne? Die Frage ist, wie macht man das, wie soll ich hier weiter, ohne in den Abgrund zu fallen, muss ich jetzt, hä, wie soll ich das machen? Moment mal, ich mach mal ein Save State und probier das jetzt mal, äh, nein, duck dich, oh Gott, das, ach, Mensch, Spiel, was ist mit dir los? Oder kann ich, kann ich mit dem Kletterhaken? Nein, kann ich nicht, okay, schade, ähm, meine Güte, die kann ganz schön weit gucken, die Gegner, 16, gut, der sieht mich fast. Wie soll ich da jetzt rüberkommen? Oh, Mann, Leute, ich hab so Schiss hier, hier sind überall Abgründe, das ist unschön, das, ist das ein Abgrund? Das ist echt ein Abgrund, ne? Obwohl da Wasser unten ist, ja. Nein, hier ist niemand. Hä, was? Hä, was, was ist jetzt hier los? Hä, hallo? Ah, ja, okay. Ich bin verwirrt. Hier ist niemand, Junge. So, ähm, wie soll ich das jetzt machen? Bitte schön. Kann ich hier... Dieser Typ, der sieht mich aber auch ständig, ne? Wie soll ich das denn jetzt machen? Nein. Der Typ, der muss doch da weggehen. Den Typen krieg ich nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen hier an der Stelle? Äh, ich bin jetzt gerade hier echt überfordert. Also der Typ, der wird mich auf jeden Fall entdecken, wenn ich da rübergehe, Freunde. So, ähm, ja, jetzt kommt er hier hin. Okay. Wieder so ein meckes Freak. So, wie soll ich das machen? Moment, Karte. Hier links vielleicht noch irgendwo? Ähm, boah, das ist eine Stelle, du. Ich sag's euch, Freunde. Wie soll ich das jetzt... Moment. Kann ich von hier vielleicht irgendwo mit dem Kletterhaken hin oder so? Nö, kann ich nicht. Ich muss wahrscheinlich... Ah, ich hab's... Mit dem Kletterhaken da an das Seil dran. Ah, natürlich. Ah, scheiße, Freunde. Aber wisst ihr was? Ich hab ein Safe State gemacht hier. Ja, ausnahmsweise mal, weil das ist doch eine richtige, richtige Kackstelle. Aber ich weiß jetzt, wie man's macht. Einfach mit dem Kletterhaken. Wie weit reicht der? Der reicht bis dahin. So. Ähm, der Gegner, der kommt natürlich jetzt, ne? Ist klar. Aber jetzt mach doch dahin. So. Ähm, wenn der Gegner sich rumdreht, probier ich das mal. Puh. So, probier das. Oh Gott. Slow Mo. Ja, toll. Aber es geht nicht ohne, dass der mich entdeckt. Ich glaube nicht. So. Ähm. Gut. Ich hab's geschafft, Freunde. Wir haben's geschafft. Sehr, sehr gut. So. Okay. Wir haben die Stelle überstanden. Zwar mit einem illegalen Safe State, aber... Ah, Freunde. Einmal in einem Let's Play oder zweimal. Darf man sich sowas erlauben, finde ich. So, dann beobachte ich den jetzt. Wenn der dann hier hingeht, dann ist der fällig. Oder wenn er sich rumdreht, auf jeden Fall. So. Ja. Würde ich mal sagen, machen wir hier einfach mal weiter. So, jetzt. Ich kann nicht hoch. Warum kann ich nicht hoch? Verdammt. Ich kann nicht hoch hier. Ah. Kann ich hier runter? Ich kann hier runter. Okay. Oh Gott. Wo ist er? Wo ist der Gegner? Das war... Das war richtig dumm von mir, eh. Das war richtig dumm von mir, dass die da hochgegangen ist. Ich muss mit dem Kletterhaken arbeiten. Och Mann, Spiel. Ich muss mit dem Kletterhaken hier arbeiten. Ja, ja. Der ist da oben. Okay, der hat also doch eine Route. Der bleibt also nicht nur hier stehen. Ich verstehe. Das ist echt ein knackiges Level. Also Hut ab, Macher. Hut ab an die Entwickler. Wow. Ich bin gerade voll begeistert. Also im positiven Sinne. So. Warte mal ab, bis der sich da wieder wegbewegt hier. Juhu. So. Und dann, wenn er jetzt die Treppe hoch geht, ist er tot. So. Okay. Alles klar. Der geht hoch und... Ja. Sehr gut, Freunde. So. Den haben wir jetzt endlich. Oh, der hat da was fallen lassen. Was ist denn das? Wieder ein Gegengift. Und wo sind die Schriftrollen? Der hat keine. Oder nicht, dass die hier runtergefallen sind. Ich habe ja schon mal beim letzten Mal auch ein paar Schriftrollen übersehen. Dann sind die runtergefallen. Ja. Wir nähern uns so langsam dem Ende, ey. Boah, ich bin so froh, Freunde. Och. Verdammt nochmal. So. Jetzt aber. So. Ich bin so froh. Wir nähern uns echt dem Ende. Boah. So. Hier muss irgendwo ein Kopf sein. Ah. Ah. Der ist doch direkt hier vorne, oder was? Ah, gut. Alles klar. Daraufhin der letzte Schluck Kaffee. So. Oh Gott. Hier hier bloß weg, ey. Immer diese Abgründe überall. So. Wir können mal laufen, Freunde. Wir können mal... Laufen, wollte ich gerade sagen. So. Hier können wir hin. Boah. Leute. Das ist so krass. Oh Gott. Ich bewege mich da auf einen zu, auf jeden Fall. So. So. Wir müssen hier rechts lang. Und dann wieder links. So. Rennen. Ich habe Angst hier. Ich habe echt Angst hier. Leute, Leute. So. Oh Gott. Spiel. Jetzt beruhig dich mal wieder. Ah, hier oben. Okay. Da oben kann ich mich erstmal hinhangeln. Okay. Und? Da oben. Ich sehe seine Waffe. Alles klar. Gut. Da ist auch noch einer. Okay. 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 Gut. Alles klar. Die sehe ich. Okay. Wenn er mich jetzt von da unten zieht, ne? Dann fresse ich einen Besen. Dann fresse ich einen Besen und filme es für YouTube. Ich gehe mal ein bisschen nach da. Damit ich auch in den anderen Bereich da gucken kann. So. Oh Gott. Okay. Okay. Der kommt hier rechts hin. Alles klar. Leute. Das sind zwei, das ist das Problem, Leute. Das sind zwei Gegner. Ne? Ich muss das anders machen. So. Giftreis. Mal gucken, ob's... Wo ist der Giftreis denn? Wo ist der Giftreis? Oh, Leute. Ihr macht mir eine Angst, du. Da oben. Und da ist der andere noch. So. Einfach beobachten, Leute. Die mit ihren Meckes-Düten auf dem Kopf, ey. Der kommt hier runter. Der kommt hier runter. Was? Warum kommt der hier runter? Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, der wollte... Ich glaube, der hat den Giftreis. Der wollte den Giftreis haben, ne? So, Inventar voll. Lass mir die Pack. Das brauche ich nicht unbedingt. So, ist der Giftreis noch hier? Wo ist der Giftreis? Den Giftreis habe ich ja hier irgendwo hingeschmissen, ne? Da, genau. Sehr gut. So. Dann können wir uns jetzt um den anderen da oben kümmern. So, um den da. Den anderen Meckes-Liebhaber. Verdammt, Leute. Boah. Das ist krass hier. So, da oben. Alles klar. Er ampelt ein bisschen rum. Okay. Ja. Ich glaube, nächste Woche seht ihr nur dieses Level, Freunde. Ähm. Es ist ein extra... Extrem schwieriges Level. Ja, doch. So. Dann hat er sich jetzt ein bisschen umgedreht hier. Und... Ja, geil. Das war gut, Freunde. Das war gut. Falling Rock. Zack. Ach, Mensch. So. Schriftrollen wieder. Okay. Gut. Ah, das war auch schon der letzte, glaube ich, ne? Ich kriege hier jede Menge Gegengift. Ähm. Ja. Oh, da habe ich ganz kurz aus Versehen einen Cut gemacht. Aus Versehen auf die Taste gekommen. So. Wo ist denn jetzt hier der Kopf? Hier? Oder was? Wo denn? Äh. Los nicht, ey. Los nicht. Wo denn? Wo soll denn jetzt hier der Kopf sein? Hallo, Leute? Ihr wollt mich doch jetzt ein bisschen verkack eiern, oder? Ich spring doch jetzt nicht da runter. Ah, okay. Doch. Ich muss da runter springen. Oh. So. Egal. Komm. Dann haben wir es ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Meine Güte. Das war ein Level, du. Mein lieber Mann. Wobei, es ist noch nicht ganz vorbei. Oh, spielen. So. Ich muss wieder da hoch. Geh da hoch. So, sehr gut. Und jetzt? Genau. Jetzt muss ich da hin. Alles klar. Dann bereite ich mich mal auf den Bosskampf vor. Nehmen wir den Schuriken. Und dann schmeiße ich das gleich direkt. So. Oh, Cutscene, Freunde. Cutscene. Alles klar. Alles klar. Oh, Cutscene. However, this is not good. If this letter is truthful, then Ogin's life is in danger. Wait. Very sloppy. If you wish to sneak up on someone, it works best when you don't breathe so heavily. Not bad. Poor old man. Hmm. Futaba. A little creepy, though. Futaba! Futaba! Get out of here! Just stay out of my way! Why is it always you? Do not forget our mission. Rin, I have a message from Juzo. Kill this man and you can join us. No harm will come to you. Never! You think I believe the words of a murderer? A murderer? What? You think it makes you better because you're paid to kill people? I don't care. I do what I have to do. But you took everything from me. Everything I ever cared about. I'll never forgive you! Insolent brat. Very well. Then you die. Alles klar, Freunde. Oh, you shit. Gegen zwei Gegner. Nein. Okay. Ähm. Ah, verdammt. Gegen zwei. Oh, das ruckelt gerade so ein bisschen. Das ruckelt gerade ein bisschen. So, jetzt. Mach erst mal Futaba platt hier. So. So, okay. Ähm. Oh Gott. Zwei Leute. Oh, verdammt. Scheiße. Ah, Leute. Spiel, Mann. Wisst ihr was, Freunde? Ich versuche gleich mal noch einen Cut zu machen hier. Verdammt nochmal. Ah, die weichen immer aus. Diese Feiglinge, ey. Die weichen immer aus. So. Jetzt mach doch mal was, Mensch. Gut, dann trink direkt. Nein. Neun Hitpoints. Trink. Schneller. Diese Legs. Ey. Wisst ihr was, Freunde? Ähm. Ich mach hier mal ganz kurz ein Save-Set und einen Cut. Gucken, woran das mit den Legs so liegt. Also bis gleich. So, Freunde. Da bin ich wieder. Ich hab mal kurz den Emulator neu gestartet. Mal gucken, ob's jetzt besser geht. So. Ach du Scheiße, Freunde. Zwei Bossgegner. Das ist doch wohl nicht wahr. So. Ähm. Die treffen aber auch. Die trifft aber auch nicht, ey. Verdammt nochmal. Ach, Mensch, Leute. Boah. Ich bin gleich tot wieder. Äh. Geh weg. Trink. Schneller. Oh, Gott sei Dank. So, dann. Boah. Das ist krass gerade. Ah, nein. Die Legs sind immer noch da. Die Legs sind immer noch da. Futaba, komm. Ich muss auf Futaba. Verdammt. So, Freunde. Die treffen mich immer, ey. Aha. Immer hat der den ersten Schlag. Das ist so unfair. Boah. Die wehren auch alles ab. So. Ist da, weißt du was? Die Makel-Schwaps. Alter Schwede. Ist da was? So. So. Der hat da den. So. Verdammt nochmal. So. Verdammt nochmal. Ist da was? Ich glaube, ich muss in meinem Zickzack laufen. Nein, jetzt bin ich in meine eigenen Krähenfüße reingelaufen. Oh, und diese Legs. Diese Legs-Nerven. Trink. Schneller. Schneller. Gut. Okay. Das war jetzt mein letzter Heiltrank. Freunde. Hör auf. Hör auf, eine Frau zu schlagen, Mann. Hä? Was? Was ist das denn? Oh Gottes Willen, ey. So. Ähm. Gut. Äh. Fudava. Weg mit der. So. Puh. Nein. Mach den kaputt. Ja. So. Der eine ist platt. Boah. So. Wo ist sie? Da ist sie. So. Dann. Herein. Okay, Fudava. Nur noch... Nein. Hä? So. So. Oh Mann, diese Legs, ne? So. Egal. Boah. So. Nein, wär doch nicht alles ab. Ja, komm. Rinn, komm. Nein. Ah, verdammt. Boah, 26 zu 2 Hitpoints. Ab, ausweichen. Und, komm. Nein. Lauf einfach. Boah, ich hab jetzt grad so Schiss. Nein. Die wird immer alles ab. Ah, jetzt. Ja, geschafft. Puh. Geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Hohoho. Das war Leggy. Warum? Was ist so special about you? Das war... Das war... Das war... Ich bin so durch jetzt nach dem Kampf. Das ist unfassbar. Meine Güte. Das war krass. 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 krass. Das war krass. Das war krass. Das war krass. krass. Das war krass. Das war krass. Das war krass. krass. Ich will krass. Chaut mal mehr. Ich möchte gefragt, wie es weitergeht. Auch diese Legs hier ... Die Nerven. Diese Legs hier nerven, Freunde. Aber egal. Wir haben keine sonderlich guten Eintods wieder bekommen. Und ... auch keine Fähigkeit. Schade. Okay, Freunde. Ja, ich frage mich gerade, warum wir da gerade Teshu gesehen haben. Das könnte noch interessant werden. Teshu war ja ein Auftragskiller, ne? Und, ja, gut. Wurde ich sagen, schließe ich jetzt erstmal die Folge hier. Ja, das Level war hart. Das Level war echt hart. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause von dem Spiel. Und, ja. Da starte ich sich wieder blöd gewesen, aber... Das ist halt momentan irgendwie nicht zu ändern. Keine Ahnung, da kommen immer irgendwelche Umstände zusammen, die mich dann entdecken lassen. Und, ja. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschü, tschü.